Bußkanal wieder mit Opening und zwar mit einem weiteren Video von MatchAttacks 2012-2013 der Bundesliga. Drei Booster und gibt nicht viel zu sagen. Gleich öffnen. Habe ich hier einmal Schwegler, einmal Rosenthal, einmal Zelassi, einmal Großkreuz und einmal Julianan. Leider nur ein Basepack. Hoffen wir mal, dass die anderen beiden Booster ein bisschen besser werden. Balic, Fafan, Hegelehr, Ivancic und meine Rares, einmal ein Star-Spieler Arango. Komme ich zum dritten und letzten Booster dieses Videos. Einmal Butcher. Mutscher. Einmal Paurevic. Einmal Sankon. Und einmal Elia. Eine Top-Transferkarte. Okay, drei Booster. Ein Star-Spieler und eine Top-Transferkarte. Für meinen Geschmack eine schlechte Ausbeute. Da kann ich nur hoffen, dass unsere nächsten Videos über MatchAttacks 2012-2013 Karten besser werden. Weil diese drei Booster waren jetzt echt nicht überragend. Naja, egal. Schaut unsere Videos an. Werden noch weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal in euer Booster-Kanal.